Musik Für uns erscheinen sie einheimisch. Wir sagen, das sind unsere Schwalben, das sind unsere Kranichen. Aber vielleicht sind die Leute in Nordafrika anderer Meinung und sagen, nein, das sind unsere Vögel. Sie fliegen nur irgendwie nach Norden in den Winterurlaub oder so. Mit diesem Thema befasste sich das Jugendclub Mikado aus Frankfurt-Oder und Herr Thomas Spieker. Interessant an diesem Projekt war außerdem, dass die Flüchtlingskinder mit einbezogen wurden in das Projekt. Begrüßen Sie mit mir Jugendclub Mikado und das Thema Migration der Vögel. Ja, vielen Dank für die Einführung. Und jetzt stellt sich erstmal der Jugendclub, wie heißt der Jugendclub, Knigges Nightmare, Knigges Nightmare aus dem Mehrgenerationenhaus in Frankfurt-Oder vor. Willkommen aus dem Jugendclub Mikado, Mehrgenerationenhaus in Frankfurt-Oder. Wir sind Paula, Heike, Aileen, Victoria, Sarah, Fabi, Kevin und Kimi. Also unser Thema war Migration der Vögel oder Vogelzug. Eigentlich oder streng genommen ist Vogelzug ja kein Phänomen der Migration, weil die Vögel immer hin und her fliegen. Es ist aber, und deswegen haben wir uns dafür interessiert, es ist ein Beispiel dafür, wie die Welt eine Vernetzung ist. Also dieses Bild macht vielleicht ein bisschen deutlich, das könnten Vogelflüge sein, also Linien oder Routen der Vogelzüge. Das könnten natürlich auch ganz andere Verbindungslinien sein. Und Vogelzug ist nur ein Beispiel, ein natürliches Beispiel dafür, dass die Welt ein Netz ist, ein Zusammenhang ist. Also dass wir vielleicht nicht nur an einem Ort wohnen, wie die Vögel, sondern durch verschiedene Beziehungen an mehreren Orten gleichzeitig. Und dass zum Beispiel die Verhältnisse in solchen Ländern wie Afrika natürlich für die Vögel eine ganz große Bedeutung haben. Wie sieht es dort aus, wo können sie da wohnen, wo können sie da überwintern und wie sehen die Gebiete aus, in denen sie überwintert haben. Das wirkt natürlich auch immer zurück auf die Vögel und auf die Vogelzüge und die Routen. Also unser Thema waren diese Vogelzüge und wir haben uns erstmal angeschaut, wie denn die Hauptrouten der Vögel sind. Und das linke Bild zeigt die Hauptrouten der Vogelzüge. Es gibt drei Hauptrouten. Einmal eine Westroute, die geht über die Straße von Gibraltar bis nach Zentralafrika. Hier ist zum Beispiel ein sehr guter, in der Straße von Gibraltar kann man sich sehr gut positionieren, wenn man Vogel auf ihrem Zug beobachten will. Also da gibt es sehr große Bewegungen, weil alle diese Vögel, es gibt übrigens 50 Milliarden Vögel, die jährlich unterwegs sind, also die in den Vogelzügen teilnehmen, also eine ziemlich hohe Zahl. Dann gibt es, also außer dieser Westroute, gibt es eben die östliche Route über die Balkanstaaten, Griechenland, die Türkei, Syrien, Israel, Ägypten, hier runter bis nach Zentralafrika, hier nach Kenia, bis nach Kenia. Manche ziehen sogar runter bis nach Südafrika. Und im Vergleich dazu die Hauptrouten der Flüchtlinge, auch hier eine östliche Route, eine Mittelroute und eigentlich hier, das ist jetzt, muss man sich ein bisschen nach da verschoben denken, also da gibt es sozusagen keine Identität, keine vollständige Identität, aber es gibt Ähnlichkeiten. Es gibt Ähnlichkeiten, die natürlich damit zusammenhängen bei den Vögeln. Warum nehmen Sie diese Route, warum nicht hier rüber, also diese westliche und diese östliche Route, weil diese Routen die ökonomischsten sind, also zum Beispiel ein Flug über die Alpen, kostet sehr viel Energie. Deswegen werden diese Routen gewählt. Ja, und mit diesem Thema Vogelzug im Zusammenhang mit Migration nach Nova Amerika haben wir uns beschäftigt und wir haben uns dann nicht nur mit Vögeln und dem Vogelzug beschäftigt, sondern wir haben dann auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien eingeladen, mit uns mitzuarbeiten und mit uns verschiedene gemeinsame Aktivitäten zu machen. Und davon erzählt jetzt Heike. Ja, als erstes haben wir überlegt, wie wir uns dem Thema nähern. Vielleicht noch kurz vorher bei der Vorstellung. Es ist so, dass wir im Jugendclub sind und im Jugendclub ja typischerweise nicht ständig eine feste Gruppe da ist. Dass wir also täglich, auch wöchentlich andere Kinder und Jugendliche da haben. Deshalb hat sich auch unsere Gruppe, mit denen wir jetzt fünf Monate an diesem Projekt gearbeitet haben, ständig verändert. Und gestern waren zum Beispiel zur Öffnung die Älteren da und heute haben wir eben die Jüngeren mitgebracht. Und das sieht man auch anhand unserer Bilder, dass im Prinzip ständig, die dann halt an dem Tag oder an der Woche da waren, halt mitgeholt haben, dass sich die Gruppe ständig verändert hat. Geplant haben wir aber anfangs mit den Kindern, die jetzt dort drauf sind. Eigentlich sieht man nur zwei hier vorne stehen davon, nämlich Fabian und die Sarah, die beide da mit bei waren. Da haben wir uns überlegt, wie nähern wir uns dem Thema, also in diesem Vergleich. Weil uns hat interessiert natürlich auch, warum gerade die Menschen bestimmte Routen zurücklegen oder überhaupt ihr Land verlassen, welche Gewohnheiten oder welche Lebensumstände sie halt veranlasst haben, ja, den weiten Weg auf sich zu nehmen. Und da haben wir halt, wie gesagt, zu Anfang einen Zeitstrahl uns angelegt, haben geguckt, was wollen wir machen. Wir wollten uns zum einen mit den Vögeln beschäftigen, haben noch eine Vogelwarte besucht. Wir wollten auch Kontakte, Begegnungen mit Menschen einplanen, haben dann auch, wie gesagt, eine Familie eingeladen, haben mit ihnen gefeiert, haben gekocht. Und das alles war dann so die Anfangsphase. Ja, eingestimmt haben wir uns, dass wir wirklich mit den Vögeln begonnen haben, dass wir geschaut haben, also dass wir wirklich erkundet haben, den Lebensraum, die Nahrung. Und ich weiß jetzt, möchte jemand von euch gerne weiter zu dem ersten Tag erzählen? Ich möchte nicht. Nein? Nein? Okay, dann lassen wir das noch so, dann gehen wir gleich weiter. Ja, dann haben wir noch geschaut, auch auf die Lebensumstände. Also wir haben uns selber auch gefragt, was würde uns bewegen, dass wir halt, oder jetzt gerade die Kinder, unser Land zu verlassen. Also was sind Gründe, dass wir jetzt wirklich irgendwo unsere Heimat halt verlassen? Das war dann so der zweite Teil unseres Projektes. Ja, und jetzt übergebe ich aber an Paula, weil jetzt haben wir, nachdem wir so die Theorie, ja, erkundet haben, einmal zu den Vogelrouten, einmal auch, was bewegen Menschen, was bewegt uns, wirklich vielleicht unsere Stadt zu verlassen, haben wir gesagt, jetzt gehen wir in die Praxis und haben uns einen Termin in der Vogelschutzwarte in Nenhausen, ja, geschafft, also ausgemacht und da erzählt Paula jetzt kurz etwas dazu. Also wir waren im Sommer bei der Vogelbachstation und haben uns, eigentlich habe ich keine Ahnung, einen Film angeguckt über die Großtrappen und dann waren wir, also sind wir zum, wie heißt das, zum Hochsitz gefahren, haben uns auf der Wiese die Vögel angeguckt, wir haben Raya gesehen, und dann, was noch, die Großtrappe. Genau, und wir konnten natürlich, also wir hatten an dem Tag auch Glück, dass wir, dass auf diesen Aussichtsturm ganz, auch ein paar Männer, also ein paar, sage ich mal, Vogelfreunde waren, die jetzt mit ihrer Ausrüstung dort schon Beobachtungen anstellten und wir konnten davon profitieren und hatten dann wirklich dieses tolle Equipment und haben wirklich ganz nah Vögel und beobachten können, die man so mit bloßem Auge nicht gesehen hat. Also es war schon ein Erlebnis und diese Großtrappe ist ja auch wirklich, gibt es ja nicht mehr an vielen Orten auf der Welt und das ist ein Ort, wo die halt noch, die unter Naturschutz stehen, wo die halt noch leben. Und das war irgendwie, war sehr schön. Und dann haben die Kinder natürlich auch viel Fotos machen können, ja, und abgeschlossen haben wir diese ganze Sache dann natürlich mit einem kräftigen Picknick, weil die Fahrt bis in den Hausen war zweieinhalb Stunden, das war dann doch schon ganz schön für die Jüngeren anstrengend, aber es hat sich wirklich gelohnt. Ja, jetzt, dann haben wir im Sommer, noch sind wir noch auf Exkursionen gegangen, das steht schon da auf der vergeblichen Suche nach dem frühen Vogel und da wird jetzt Sarah kurz was zu erzählen. Also wir haben in Kado geschlafen, nur die Mädchen, dann waren wir fünf Uhr noch was, in den Nähpark gegangen, mir doch egal, und dann hatten die meisten Angst, weil es da dunkel war, dann waren wir in den Gleispark gegangen, da waren keine Vögel, dann waren wir bei Vicky hinterm Haus gegangen und da haben wir halt Vögel gehört, ja. Hast du gesagt? Ja? Okay. Ja, also im Prinzip, vergebliche Suche war wirklich, wir haben uns um vier schon auf die Beine gemacht, also es war ganz dunkel, die Stadt war still und wir haben eigentlich gehofft, auch wenn es jetzt nicht Frühling ist, dass wir trotzdem noch ein paar Vogelstimmen einfangen können und die wollten wir mit unserem Aufnahmegerät natürlich aufnehmen, um sie dann in unserem Ausstellungsobjekt sozusagen, ja, mit einzubauen. Das hat wie gesagt nicht geklappt. Du möchtest dazu, Paula, dazu noch was? Okay, Paula möchte noch kurz was dazu sagen. Also wir haben eigentlich keine Vögel gehört und dann waren wir halt im Gleispark und haben andere Tiere nachgemacht. Ja, wir haben dann das Beste daraus gemacht, einmal andere Tiere nachgemacht und das haben wir dann aufgenommen, dass wir wenigstens etwas mit nach Hause genommen haben. Ja. So, jetzt kommen wir zu der, das war jetzt praktisch, der erste Teil befasste sich dann mit den Vögeln, Praxis, also einfach anschauen, fotografieren, Tonaufnahmen fertigen und die andere Seite war dann einfach Begegnungen zu schaffen, dass wir gemeinsam feiern, spielen, kochen. Möchte da jemand gerne was zu erzählen? Vicky? Nein? Gut, gut, dann erzähle ich noch kurz etwas dazu. Also wir haben eine syrische Familie eingeladen, den Rimas mit seiner Familie, den Rias mit seiner Familie, Rimas ist die kleine Tochter und haben dann mit den Älteren, sieht man ja auf den Fotos zusammen, syrische Speisen gekocht, haben gemeinsam internationale Spiele gespielt und dann, wie es natürlich dann zum Abschluss, ja, ganz klar ist, haben wir dann natürlich auch das, was wir zubereitet haben, gemeinsam verspeist und haben es uns gut gehen lassen. Nochmal kurz zurück, da haben wir jetzt keine Fotos von und dann nach dieser Begegnung gab es dann eine zweite Begegnung, da hat uns nämlich dann die Familie von dem Rimas, von Rias eingeladen und wir durften dann beim Geburtstag dabei sein und haben dann alle gemeinsam Geburtstag gefeiert. Und da hat man auch, genau, da wart ihr aber dabei und da haben wir auf alle Fälle gemerkt, also ich zumindest für meinen Teil, dass die Geburtstage doch, dass wir die unterschiedlich begehen. Also es war für mich ganz untypisch, die Geschenke wurden zwar überreicht, aber die wurden zum Beispiel überhaupt nicht ausgepackt. Also es war gar nicht, im Mittelpunkt stand gar nicht so, wie es eigentlich so bei den deutschen Familien oft ist, man bekommt Geschenke, möchte die gerne auspacken, sondern es war die Sache, dass das Kind im Mittelpunkt war, es wurde sofort getanzt, es wurde gratuliert, es wurde mit allen getanzt und erst später, ganz zum Schluss kam es eben zum Beispiel mit den Geschenken. Das ist so eine geile Begebenheit, die mir da noch im Kopf ist. Ja, unser dritter Teil war dann, was machen wir mit unseren Ausstellungsobjekten? Möchtest du, Kevin? Herr Wicke möchte noch was sagen. Komm. Okay, die Wicke möchte jetzt noch ganz schnell was zum Geburtstag sagen. Doch, Wicke, jetzt hosten. Nein, jetzt haben sie es schon gesagt. Was soll ich denn sagen? Okay. Na, was haben Sie jetzt gemacht? Objekte. Also wir haben Vögel gebastelt, also ausgeschnitten. Dann sind wir oben in ein Dachbrüchen gegangen, haben Schotter gesucht. Was wollten Sie denn darstellen? Also wir wollten darstellen, dass zwei Leute aus ihrem Heim flüchten müssen. Wir wollten den Grund, weshalb unter anderem auch Kinder und Familien, wie jetzt auch die von Rias flüchten mussten und haben eine Box halt als zerstörte Stadt dargestellt. Deshalb dieser Schutz zum Beispiel. Dann haben wir noch Figuren gebastelt, die dann praktisch darstellen sollen, wie jetzt der beschwerliche Weg war. Das hatten wir dann symbolisch mit Gittern dargestellt. Also das kann man ja in unserem Ausstellungsobjekt dann auch sehr gerne sich anschauen. Das ist zumindest unsere kreative Phase, dass wir dann auch, wie gesagt, das, was wir ganz zu Anfang begonnen haben, was der Thomas schon so schön erklärt hat, das in Parallelen zu sehen waren, wenn man die Weltkarte sieht, die Routen der Vögel und auch Routen der Flüchtlinge. Den Ausblick, den gibt der Thomas. Ja, danke schön, Heike. Ja, das war unser Projekt in großer Kürze. Der Ausblick zu den Vögeln. Es ist natürlich so, das wissen wahrscheinlich die meisten, durch die Klimaverschiebungen, durch Klimaveränderungen gibt es sehr viele Veränderungen im Vogelzug und manche denken sogar, dass dieses Phänomen einer afrikanisch-eurasischen Vogelzugbewegung irgendwann tatsächlich zum Stillstand kommt. Weil die Klimaveränderungen das verhindern wird. Also die Vögel einfach nicht mehr in den Süden ziehen müssen, um zu überwintern. Das wäre natürlich schade, weil dadurch natürlich auch sozusagen ein Vogelflug oder Vogelzug ist ja auch eine Art von Informationsübermittlung. Dann kommt natürlich auch weniger Information über die Vögel nach Europa. Also wir hoffen, dass es weiter im Herbst und im Winter diese Kranich- und Wildgansrufe über uns gibt, weil das ist sehr schön. Das ist ein Ausblick und der andere Ausblick ist natürlich, dass die Verhältnisse in den Ländern sich entweder bessern und dass irgendwie mehr Menschen aus fremden Kulturen miteinander kommunizieren können und sozusagen erkennen können, dass wir nicht an einem Ort wohnen, sondern dass wir gleichzeitig an mehreren Orten zu Hause sind und deswegen auch uns miteinander handeln müssen, miteinander kommunizieren müssen. Das wäre unser Wunsch. Okay. Dankeschön. Also ich habe zwei Dinge. Eins wäre vielleicht eine Anmerkung. Thomas, du hast vorhin gesagt, dass die Vögel sozusagen im Winter in die Wärme ziehen, um im Frühjahr dann wiederzukommen. Aus der afrikanischen Perspektive könnte man ja auch sagen, die fliehen vor dem Sommer in die Kühle in den Norden und kommen dann wieder zurück. Das ist also eine Frage der Perspektive, wo man sie als beheimatet sieht. Sie selber können sich dazu ja in unserer Sprache nicht äußern. Die zweite Frage, die ich an euch habe, ist, zu welcher Jahreszeit war das denn, dass ihr nachts losgezogen seid, um Vögel hören zu wollen? Wann war das? Wann war das? Sagt Paula. Im Sommer. Das war am 2. September. Am 2. September. Heißt das, wie kann man das dann interpretieren, dass es sozusagen in Swupford keine Vögel mehr gibt? Dass sie zumindest nicht so früh aufstehen. Ich glaube nicht, dass es keine Vögel mehr gibt, aber das Vogelgezwitscher am Morgen, das ist glaube ich auch saisonal abhängig oder auch von der Jahreszeit abhängig. Vielleicht haben die, warum singen die Vögel? Weil sie irgendwie Partner suchen, weil sie ihr Revier markieren möchten. Vielleicht ist das im September nicht mehr so, es ist zu spät. Also Partner suchen ist vorbei und das fängt dann im Frühjahr wieder an. Wir haben noch eine Frage? Ich wollte nur noch mal nachfragen. Also du meinst, die Vögel haben immer einen Grund zu singen. Die singen nicht grundlos. Du meinst auch mal, ob die Vögel so aus Spaß sich hinsetzen und singen. Ich glaube nicht, dass man das ausschließen kann. Ich glaube schon, dass es den Vögeln auch Spaß macht zu singen. Vielleicht im September nicht mehr. Ich frage auf Polnisch, Thomas. Das ist jetzt vor allem meine Frage an Thomas. Und Thomas überträgt das dann vielleicht an die Gruppe? Okay. Thomas, also ich habe da so eine Schwierigkeit. Du meintest, dass das Klima sich ja erwärmt oder dass die Temperatur steigt. Aber ist es nicht so, dass die Temperatur eher sinkt, dass Europa langsam einfriert, so wie unsere Herzen es tun? Ist es nicht wirklich so, dass diese Wanderungen ganz ausbleiben? Er fragte, Thomas, du hast gesagt, dass das Klima sich erwärmt. Es gibt aber ja auch die Theorie, dass das Klima sich eigentlich in Wirklichkeit abkühlt und unsere Herzen erfrieren. Ihr Workshop zeigt in einer gewissen Hinsicht, welche Wanderungen aktuell stattfinden. Ist es also wirklich so, deiner Meinung nach, dass die Temperatur steigt oder eher sinkt? Die zweite Frage, nur ganz kurz. Hat man es immer noch mit schwarzen Störchen zu tun? Ich persönlich glaube, dass das Klima sich in Europa erwärmt hat. Also ich kann mich an kältere Winter erinnern in meiner Jugend, schneereiche Winter. Ich finde es jetzt auch kalt. Im Sommer finde ich es auch kühl. Aber ich glaube, dass insgesamt das Klima sich erwärmt. Was die Vorhersage oder die Prophezeiung betrifft, wie wird der Vogelzug sich verschieben? Es gibt Befürchtungen, dass die Klimaverschiebung überhaupt zum Stillstand des Vogelzuges führt. Und ich kann jetzt nicht genau beantworten, ob das jetzt von der Erwärmung des Klimas in Europa oder von einer Erniedrigung, das ist eine Erniedrigung von einer Erwärmung, von einer Abkühlung des Klimas zusammenhängt. Die andere Frage war ja eher metaphorisch mit dem kalten Herzen. Im Moment sind unsere Herzen oder werden die Herzen in Europa kälter, wie wir auch gestern gehört haben. Also die Leute berufen sich wieder vermehrt auf ihre Nationalstaaten, also werden sich abgrenzen, werden erkalten, werden erstarren. Und ich meine, ich hoffe natürlich, dass es auch nach dem Tal wieder einen Bergauf gibt. Aber es ist natürlich sicherlich. Also insofern, auf der metaphorischen Ebene haben Sie ganz bestimmt recht, das Moment findet, sozusagen nach diesem Prinzip fängt eine Erstarrung statt, ein Kälterwerden des Klimas. Ich hoffe, dass das nicht lange dauert. Dann gab es noch die zweite Frage, die habe ich jetzt wieder vergessen. Der schwarze Storch, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich kenne nur weiße Storche. Aber über den schwarzen Storch haben wir jetzt gar nicht gearbeitet, habe ich jetzt gar keine Informationen. Habe ich auch selber noch nie einen schwarzen Storch gesehen, leider. Im Fernsehen, ja. Gut, vielen Dank. Haben wir noch Fragen an dieses interessante Thema? Wir haben noch eine. Ich spreche wieder Polnisch. oder die Frage, kommen gleich in beiden Sprachen. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Und die Frage bei den Auslandstrittenen der Bürger, ihr habt bestimmt welche Brüder oder 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 Brüder. Das wissen wir nicht, wir haben es nicht untersucht. Also wir haben diese beiden Themen, muss ich ehrlich sagen, als wir die Begegnungen hatten, nicht zusammengeführt. Wir haben das wirklich separat mit, dass wir einfach uns informieren über Vögel an sich, uns mit diesen Routen beschäftigt haben. Und dann natürlich wichtig war uns diese Begegnung, weil ja auch viele Kinder, die bei uns im Jugendclub sind, auch selbst bei uns haben wir Kinder, die geflüchtet sind und die haben in ihren Klassenbächen, dann war diese Begegnung das Thema. Aber wir haben die beiden nicht, es war für uns als Erwachsene irgendwie so, also als Betreuer war das schon eine Parallelität. Aber wir haben es jetzt nicht thematisiert bei den Begegnungen. Deshalb können wir da jetzt wirklich keine Antwort geben. Ja, okay, also Thomas sagt gerade, stimmt, wir hatten ja ein Mädel aus der Ukraine, Marina heißt sie, die war zum Beispiel bei unserer Exkursion in der Nacht dabei und sie kannte über die Vögel, die wir da sprachen, schon. Aber das ist wirklich nur ein, ja, weil wir das ja nicht untersucht haben, also können wir leider nicht beantworten. Wenn jemand aber unbedingt wissen möchte, welche Vögel sind da zu hören, am Stand oder bei diesem Ausstellungsstück im Foyer, gibt es eine Möglichkeit, das zu hören. Also ich kann schon verraten, man hört Kraniche oder jetzt muss ich Herrn Spicker fragen, wen hört man denn bei den Aufnahmen bei Ihrem Ausstellungsstück? Also unser Ausstellungsstück, da ist oben das oberste Teil, da ist dieses Mobili und dann kommt der zweite Kasten und an dem Kasten, wo die Mobili sind, da ist auch eine Information über die verschiedenen Rufe, der Kraniche und der Wildgänse. Da sind zwei kleine Informationstafeln, wie sich die Vögel anhören und neben diesen Informationstafeln sind zwei kleine MP3-Player. Einer ist geklaut worden, der muss sich irgendwie wieder ersetzen. Also es sollen zwei MP3-Player daran sein, wo man die Kraniche und die Wildgänse, sozusagen die Stimmen hören kann und das, was man lesen kann, dann auch sozusagen hören kann. Dann, ja das ist noch eine wichtige Bitte im zweiten Kasten, da gibt es verschiedene Origami-Vögel, es gibt Kraniche, es gibt Origami-sprechende Raben und es gibt fliegende Vögel mit Origami. Und unsere Idee war, man kann sich einen Vogel, was welchen auch immer, herausnehmen und dafür muss man etwas auf ein Papier schreiben. Ein oder zwei Sätze zu dem in Zukunft sozusagen als Botschaft für die in Zukunft zu uns kommenden Migranten, die zu uns kommen. Und mein Wunsch wäre, dass wir am Ende der Ausstellung diese Kiste mit vielen kleinen Botschaften haben, die wir in einem neuen Projekt vielleicht von Michael im nächsten Jahr oder vielleicht wieder irgendwie verwenden können. Also irgendwie Informationen bekommen, Botschaften bekommen, die wir wieder, genau, für was anderes gebrauchen können. Also meine herzliche Bitte an alle Teilnehmer, sich Vögel rauszunehmen und dafür eine kleine, kurze, fröhliche Botschaft an die kommenden Migranten zu schreiben. Dankeschön, das war ein Blick in die Zukunft. Also Michael, das war an dich gerichtet im nächsten Jahr, das Projekt. Das ist eine schöne Aussicht. Vielen Dank an Jugendklot Mikado. Nun haben wir ein Drittel des Programms geschafft für heute. Wir haben sechs Präsentationen gesehen, gehört, genossen. Es waren sechs Präsentationen unserer Reise in die Vielfalt, unsere Reise durch die Aromen, in die Tierwelt, in die Pflanzenwelt, über die Ukrainer, über die Flüchtlinge heute. Es ist aber noch nicht vorbei. Es geht jetzt in die Mittagspause und danach, so ein bisschen gestärkt, geht es natürlich weiter. Wir haben noch viel Spannendes. Wir haben noch zwei Präsentationen. Danach gibt es einen wunderschönen Spaziergang. Nach Slupfurt, noch nicht verschwinden bitte. Also ich brauche nur eine Minute. Ich muss mal eine Ansage machen. Ja, natürlich. Und danach gibt es einen Film und ich glaube, Michael erzählt ein bisschen mehr. Wir haben, also vielleicht sagst du auch, wie viel Zeit wir haben und wann wir dann starten. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017